Hilfe, warum wurdest du mir vorgeschlagen? Rette dich, Schwerkan, ich bin treu. Lass dich. Ganz. Ja, Mann. Trolli? Ich hab mehr Siege als Lenny. Traurig. Fresse. Deutlich mehr Siege. Ich muss direkt mal einen Loser-Tast. Angeber. Ich hab selber aufgenommen. Ach so. Link ist mein, recht ist mein, hoch, runter, hoch, runter, und russischer Tanz, links ist rechts, links ist rechts, bauch, klatsch, salz und spagat. Weniger Raufe und weniger Alkohol, bitte. Danke. Upsen. Upsen. Warum denn hilfst du, hä? Nochmal, komm. Trolly, mach mal nochmal. Ich seh die da nicht. Ne, mach immer Glücksrad. Dann haben wir die Chance auf den Trolltanz. Irgendwann kippt sie in. Ich war schon dreimal Anglers oder so. Oha. Kriegen was denn? Wolltest du noch punkten? Nochmal, nochmal, nochmal. So lange bis Zitrone oder Trolltanz kommt. Ist Zitrone, was da brennt? Völlig fertig, die Frau. Nochmal. Ist mir egal. Ja, lach nur. Bis der Trolltanz kommt. Dann lach ich. Ja, ja, ja. Bitte, 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 bitte. Hä? Ach, das hat sich doch so eingestellt. Verarsch mich doch nicht. Ist doch dumm. Ja, guck mal, wie sie lacht. Pass mal auf. Egal, dreh nochmal. Dreh nochmal Trolltanz. Mach mal schön. Komm, wie sie jetzt noch lacht. Noch lacht sie. Noch. Dreh noch. Dreh noch. Dreh noch. Dreh noch. Dreh noch. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Nenrixen wird auf dem Zahnfleisch gehen. So schön. Na, na, na. So schön. Tschüss. Nochmal, nochmal, nochmal. Der heiße Drang. Der heiße Drang. Scheiße. Nochmal, nochmal, nochmal. Junge, der ist auch nicht alle weg. Das manipuliert. Na, glaub ich auch. Der heiße Drang. Der heiße Drang. Guck, guck mal, wie sie extra einfach dagegen kommt. Wenn sie da ausmachen kann. Guck. Ach, so lächerlich. Traum, die, los. 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 Mann, die macht schneller, 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 schneller. Das ist wahrscheinlich immer so groß wie alle anderen. Egal. Egal, ich muss eh nochmal drehen. Los, Traum. Traum, die heulen. Ja. Zweimal, oder? Ja. Zweimal noch. Finn und ich haben eingelöst. Traum, du musst nochmal drehen, ne. Joshi, das ist jetzt. Ja. 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 Jetzt darfst du hier. Ja. Ja, ja. Ja. So, Trolli, dann tanz mal, ich lass dich mal ein bisschen aus, Alter. Wie du mir, so ich dir. Ganz einfach. Ja, ja, du lachst. Mach mal den Tanz an. Sparte lieber deine Puste und dein Sauerstoff. Gleich wirst du richtig sein. Du musst noch den Notarzt in den Streamern rufen oder so. Nicht die Tür aufbrechen. Ein Sauerstoffzell hinpflanzen. Trolli? Rein da. Ja, guck mal. Wie sie extra langsam macht. Machst du dich erstmal die Haare fein? Hm. Oder? So richtig unnötig. Trolli, das nennt man Assipalme. Sie hat zu viel getan. Trolli, du hast ja deine Klorolle, ne? Ne, sie hört uns ja anscheinlich. Trolli, du hast ja deine Klorolle. Steck die mal durch deine Assipalme durch. Los. Durch die Assipalme durch. Ja, die Haare... Ne, ne, ne. So ein Stück machen und durch das Loch die Haare schieben. Trolli, 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 Tann von hinten. Will der. Dreh dich auf. Junge! Oh, der ist ja auch geil, oder? Trolli, Trolli. Nö, Trolli, Trolli, Trolli. 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 Einfach mal ein 3 Kilo weniger. Trolli. Trolli. Trolli, nehmt 3 Kilo ab. Olli, mach mal nen Fortnite-Tanz. Mach mal nen Loser-Fortnite-Tanz. Mach mal einen Loser-Tanz, das ist falsch. Du musst nur den Daumen und den Zeigefinger benutzen. Das ist falsch, Olli. Hat sich die Musik eigentlich ausgeheftet? Ja, ja, ja. Der hat genauso... Der muss ja auch... Der muss ja auch... Der muss ja auch... Das ist falsch, Olli. Olli, mach mal nen Fortnite-Tanz. Mach mal deinen Lieblings-Fortnite-Tanz. Okay, kein Rücken. Nein. Nein. Egal, die muss nochmal drehen, die Alte. Lach mal nur, Olli, lach mal nur. Und noch Zitrone für den Abgang. Ja, von hinten. Ja, von hinten. Oha! Klasse Hübsch. Der muss das auf TikTok stellen. Ne. Da ist der TikTok-Kanal gleich wieder leer. Das geht nicht. Das kommt auf TikTok, Olli. Das kommt auf TikTok, Olli. Das sind voll die guten Likes. Ja. Ja, die Alte, wie gemein. Ist auch so, oder nicht? Ist man nicht mit 74 alt? Komm, Trolli, nochmal drehen. Okay. Und Trolli, nochmal drehen. Okay. Und Trolli, nochmal drehen. Ich weiß nicht, wie viel der noch ausmacht. Trolli. Trolli. Doch, für, ähm, Fini. Warum muss ich nochmal drehen? Weil Fini eingelöst hat. Guck nach oben. Unter Malm. Hast nur Angst, dass noch ein paar Kontrolltanz noch mal kommt. Trolli, dreh nochmal, hab noch mehr Punkte. Ja, nee, ist klar. Ich brauche raus die Punkte. Tollin. Kann ich heute gut schlafen? Nee, kann ich gar nicht mehr schlafen. Zu wach bin. Jetzt pass auf. Nochmal Trolldanz! Ja! Ja! Ich... Guck, v. Was jetzt passiert? Nochmal! Ja... Junge. Nein! sie auf jeden fall nicht mehr ja sag mal ob ich dein mittelfinger traue legen egal muss eher aufstehen baby was geht deswegen wurde sie dir empfohlen ollie übt schon mal für das n n rechnen nein ich glaube rolle hat es genommen kommt mal weiter du musst dir viel quatschen dabei hört ihr schon das f Jungen, jetzt eilig ist wirklich schon das rätseln. Wieso? Du bist schon so. Ein strätseln wird hier schon das rätseln. Wow. Wow! Jungen, Alter. Wow! Wow! Wollen wieder nicht stellen. Wir machen mal! Ja, wo du deine Wandstufen hast, ist man amt rausgegeben? Wollen sie sagen, wo und, und. Einfach neue Skala für Trolli eingeführt. Ich kann ja den Trollkranz noch umbenennen, wenn er geben soll. Ich glaub's wär nicht so gut. Dass er jetzt schon schlimmer ist. Ja, Spademasser. Trolli, Spademasser ist wieder da. Trolli, Spademasser ist wieder da. Trolli, Spademasser ist wieder da. Trolli nochmal drehen. Ja, ne? Klar. Nenn du X Lüttern. Ich brauch halt ne Sauerstoffflasche oder so. Nö nochmal. Der Halt.